Verstopft. Ja, ich sehe schon. Wir sind hier auf einer Dacia-Anlage, vielmehr eine Laumkolonie. Und hier ist die Kloleitung verstopft. Da haben sie hier einen Anschluss. Da ist alles frei. Okay, hier ist die Grobe. Und die ist auch frei. Also wird die Verstopfung hier zwischen sein. Und hier ist die Verstopfung. 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 Es ist ein Rekordfeld. Das ist ein Rekordfeld. Wir sehen Zeig mal! Es ist so viel Scheiße drin, dass es hier vorne ja nicht abläuft. Das war's für heute.